Hallo, happy 2024, willkommen zurück und ein spezielles Willkommen an alle, die ebenso Beef haben mit Smart-Zielen wie ich. Hoffentlich finden wir heute eine gemeinsame Lösung, wie wir mit unseren bunten Brains und den Gedanken an unsere Neurodivergenz Ziele setzen können, ohne uns in dieses System quetschen zu müssen. Darum spreche ich heute darüber, warum für mich Smart-Ziele irgendwie die Hölle sind und mache ein paar Vorschläge, wie wir eben gute Ziele setzen können, die uns entsprechen und die uns begeistern. Und natürlich auch, wie wir in die Umsetzung kommen, denn ja, unsere bunten Brains sind halt ein bisschen so gepolt, dass das mit dem Anfangen und auch Durchziehen manchmal ein bisschen schwieriger ist. Dieses Video wurde inspiriert von Jessica von How to ADHD. Sie hat selbst gerade ein Video released zum Thema Smart-Ziele und hat das ein bisschen gebärscht und andere Vorschläge gemacht. Und das hat mir den letzten Kick gegeben, endlich dieses zusammenfassende Ziele-Video zu machen, das ich seit dem Livestream dazu eigentlich machen wollte. Aber starten wir mal mit einer kleinen Anekdote aus meinem Leben oder mehreren Anekdoten. Wenn man mich jetzt auf der Strasse trifft und mich spontan fragt, was das SMART hinter SMART-Zielen eigentlich bedeutet, hundertprozentig könnte ich das nicht beantworten. Darum versuchen wir es mal jetzt. Spezifisch. Messbar. Attraktiv. Ausführbar. Was kommt jetzt? R. Realistisch. Und terminiert. Ihr seht, es fällt mir auch jetzt nicht leicht. Und ich finde, das steht so ein bisschen als Symbolbild dafür, wie mir das nicht entspricht. Und dann gibt es noch diese lustige Geschichte, dass mein Psychiater seit mehreren Monaten immer wieder verzweifelt versucht, mit mir meine Lebensziele zu SMART-Zielen, wie er das immer so gerne sagt. Und langsam kicke ich so ein bisschen den Hass auf dieses Wort, ehrlich gesagt. Und es ist einfach, es geht nicht vorwärts, weil mir entspricht dieses extreme Herunterbrechen einfach überhaupt nicht. Und je realistischer er versucht, es zu definieren mit mir, desto weniger attraktiv wird das irgendwie für mich. Und ich glaube, da liegt doch der Hund begraben. Weil wir brauchen einfach irgendwie Dopamin, damit wir was verfolgen. Wir brauchen eine Motivation. Es muss für uns was Besonderes sein. Und so wird das irgendwie alles immer wieder geknickt. Und ich bin einfach eine Person, die immer eher Visionen sieht, also grobe Umrisse einer grösseren Sache oder Träume. Und ich sehe schon die Bestandteile, aber sie sind eben nicht so ausdefiniert. Aber sie geben mir eben ein gutes Gefühl. Und wenn immer suggeriert wird, dass diese Art Ziele nichts wert sind, weil sie eben nicht SMART sind, Kein Wunder laufen viele Menschen da in eine Falle rein und machen dann irgendwie gar nicht weiter. Weil das wertet ja das Ganze einfach total ab. Zu Unrecht, muss ich sagen. Denn ich weiß aus meiner Coaching-Praxis, dass man auch ohne diese SMART-Ziele Ziele erreichen kann. Und auch ich habe ja schon ohne SMART-Ziele große Ziele erreicht, wie zum Beispiel meine Selbstständigkeit. Und eben, ich sehe das halt einfach auch bei meinen Coaching-Klientinnen, dass es teilweise genau dieses, es muss jetzt super spezifisch sein und alles muss schon ausgedacht sein und jeder Schritt muss schon stehen. Das kann eine Blockade sein und es muss einfach nicht sein. Und Jessica von How to ADHD hat es in ihrem Video einfach echt geil ausgedrückt. Sie sagt da, dass wir Ziele auch so neurodivergent definieren dürfen, wie wir es sind. So bunt und vielleicht auch unkonventionell, wie wir es sind. Im Vergleich zu dem, was als Norm definiert wurde irgendwann. Und selbst wenn auch andere das vielleicht nicht verstehen oder sich da nicht einfühlen können, haben diese Ziele, diese neurodivergenten Ziele total ihre Berechtigung. Denn manchmal oder sehr oft brauchen wir einfach diese krassen, fast eben unrealistischen Visionen, damit wir motiviert sind, überhaupt loszulaufen. Kleiner Disclaimer. Natürlich gibt es eine Zeit und Situationen für SMART-Ziele. Zum Beispiel, wenn es um quantitative Business-Ziele geht. Wenn es um das Überleben eines Unternehmens geht, ist klar, dass man da nicht einfach eine grosse Vision nur haben kann, sondern auch irgendwie terminiert gewisse Dinge erreichen muss. Aber bei diesen grossen Lebenszielen oder grossen beruflichen Zielen, was sie auch Lebensziele sind, funktioniert das für mich persönlich und offenbar für einige andere einfach nicht so gut. Also was macht jetzt für mich so ein langfristiges, gutes Ziel für uns bunte Brains aus? Also einerseits ist es das, was ich in meinem Livestream schon erzählt habe in aller Länge. Und zwar für uns ist es wahrscheinlich noch viel wichtiger als für viele andere, dass wir ein ultra starkes, krasses Warum haben. Warum wir etwas erreichen wollen. Es ist unser Antrieb. Es ist ein Feuer, das wir spüren müssen. Und damit verbunden müssen wir immer wieder sicherstellen und uns selbst fragen, ob die Ziele oder das Ziel, das wir erreichen wollen, auch tatsächlich unser Ziel ist. Weil sehr oft passiert es, vor allem wenn man reizoffen ist, dass wir Signale von außen aufnehmen und dann zu eigen machen oder das Gefühl haben, wir müssen irgendwelchen Erwartungen da draußen entsprechen. Was aber dann passiert ist, dass wir eben kein starkes Warum haben, das mit unseren Werten und Wünschen in Einklang steht, sondern es ist dann so extern motiviert. Und das nicht nur für uns ADHSlerInnen, sondern eigentlich für alle, ist eigentlich ein Recipe for Disaster. Dann ist es auch ganz wichtig, wir bunten Brains, die ja immer alles gleichzeitig machen wollen und an so vielem Freude haben, uns auch klar machen, worauf wir verzichten müssen, wenn wir dieses große Ziel verfolgen und dann im zweiten Schritt uns fragen, ob sich das auch wirklich für uns lohnt, auf all diese anderen Sachen zu verzichten. Was auch extrem hilfreich ist, ist, dass wir uns klar werden, dass sich Ziele verändern dürfen. Denn unser Leben verändert sich, Umstände verändern sich und es hat nichts mit Versagen zu tun, wenn wir irgendwo mal umschwenken oder wenn sich irgendwas verändert. Und unser krasser Perfektionismus, den wir oft an den Tag legen, kann uns da als eine Hürde im Weg stehen. Speaking of Hürden, es macht extrem Sinn, und dazu können wir unser herumspringendes, divergierendes Brain gut benutzen, es macht extrem Sinn, wenn wir uns überlegen, welche Hürden uns begegnen könnten auf dem Weg zu diesem großen Ziel. Hürden, die aus unserem ADHS-Brain entstehen oder auch sonst, aber auch äußere Hürden, damit wir wissen, wie wir diese dann kreativ umschiffen können. Das heisst auch, dass wir aus Grundvoraussetzung eigentlich unser Brain wirklich gut kennen müssen. Wir müssen wissen, was uns zum Ticken bringt, was uns motiviert, individuell, das ist mega unterschiedlich. Und wir müssen wissen, wo so diese fiesen kleinen Teufelchen versteckt sind. Und dann eben können wir auch Strategien haben, um diese Teufelchen ein bisschen zu zähmen oder ihnen auszuweichen. Und dann kommt eben Jessicas Aussage noch hinzu. Vielleicht dürfen wir einfach davon abkommen, dass unsere Ziele realistisch sein müssen. Denn was heisst überhaupt realistisch? Und ehrlich gesagt, mein Brain auf jeden Fall, aber wahrscheinlich auch viele andere ADHS-Brains, funktioniert einfach nicht so. Wir wollen viele Sachen, wir sehen viele Aspekte bei einem Wunsch und bei einem Ziel. Und vielleicht sind das auch Aspekte, Verbindungen, die wir sehen, die von außen betrachtet für neurotypische Leute überhaupt nicht logisch sind. Aber für uns sind sie es. Und vielleicht brauchen wir ja einfach auch ein bisschen Ziele, die uns unrealistisch erscheinen, also fast nicht erreichbar, damit wir diesen Drive haben, diesen Challenge haben, darauf loszurennen. Hinzu kommt doch noch, dass viele ADHSlerInnen aufgrund Selbstwertproblemen etc. echt Mühe haben, sich selbst realistisch einzuschätzen. Und meist trauen wir uns zu wenig zu. Also wenn wir jetzt auf dieser Basis Ziele versuchen realistisch zu definieren, dann werden sie ja immer eigentlich unter unserem eigentlichen Potenzial liegen. Und dann ist es auch kein Wunder, wenn dieses Ziel uns nicht reizt, weil es total langweilig ist und auch lauwarm. Das Ergebnis, Frust, weil man es dann irgendwie doch nicht erreicht hat, obwohl es eigentlich einfach war. Voilà. Wieder dieses Beef mit den Zielen. Zusammenfassend kann ich sagen, ich habe irgendwann realisiert und auch jetzt bei der Analyse meiner Vergangenheit, dass ich die Ziele am ersten erreicht habe, die Träume und Visionen und eigentlich mega krass und crazy waren, weil ich diese Herausforderung irgendwo brauchte und vor allem, weil das wie so ein Stern, eben ein Leitstern am Himmel hing und egal in welchem Dickicht ich gesteckt bin, um eine Metapher zu nutzen, ich habe diesen Leitstern eigentlich nie wirklich aus den Augen verloren. Trotz verschiedenster Widerstände und inneren Hürden ein grosses Beispiel ist eben meine Selbstständigkeit. Ich wollte das schon eigentlich immer, seit ich denken kann, aber inhaltlich hat sich das total verändert, also womit ich selbstständig sein möchte. Aber das Grundgerüst, eben diese grosse Vision, die war da. Das Attraktive an diesen nicht ganz so heruntergebrochenen und detaillierten und spezifischen Zielen ist auch, dass wir einerseits auf verschiedenen Wegen da hinkommen können. Das heisst, wenn wir mal irgendwo rausfallen, können wir immer wieder einen anderen Weg nehmen und andererseits gibt es uns einfach diese Flexibilität, die unsere Brains brauchen, etwas völlig anderes zu machen, aber immer noch im gleichen Rahmen und immer noch im gleichen Traum oder Ziel. Ich hoffe, es ist einigermassen verständlich, was ich meine. Okay, schön, Simone, denkst du jetzt vielleicht, jetzt habe ich mein super geiles, grosses, nur adivirgentes Ziel, aber ich habe ja auch immer noch Adios und das bedeutet gewisse Herausforderungen in der Umsetzung und auch im Abschliessen und Erreichen von Zielen. Und ja, das stimmt natürlich, wir brauchen gewisse Leitplanken. Darum hier noch die wichtigsten Punkte, die wichtigsten Strategien, wie wir Ziele auch erreichen können. Hier nochmals, weil ich es so wichtig finde, eigentlich für alle Bereiche und für alle unsere Entwicklungsthemen im Bereich Adios, wirklich nochmals zurückgehen und sich überlegen, was brauche ich? Was motiviert mich? Weil ich glaube daran, auch wenn wir Schwierigkeiten haben, natürlich motiviert zu sein, gibt es dennoch Dinge, die uns persönlich helfen, da ein bisschen Bewegung reinzubringen. Und es ist nicht, ich muss es jetzt einfach mehr versuchen, sondern es sind individuelle Sachen, die uns gewisse Schübe geben, gewisse Motivationen geben. Und dann, choose wisely, wem, dass du von deinen Träumen und deinen grossen Zielen erzählst. Denn es ist so, wir haben unkonventionelle Gedanken oft und wir machen andere Verbindungen. Und es kann durchaus sein, dass Leute in unserem Umfeld das einfach nicht nachvollziehen können. Und wenn ein Ziel so mega gross ist und irgendwie voller Aspiration, kann es schnell passieren, dass jemand uns das ausreden möchte oder es eben realistischer machen möchte. Aber das hat eben oft einfach mehr mit der anderen Person zu tun als mit uns selbst. Trotzdem kann uns das extrem verunsichern, weil eben genau diese Reizoffenheit und diese auch Angst vor Ablehnung, die viele von uns haben, kann uns da echt schön an den Beinen stellen. Und darum ist es meine persönliche Strategie, dass ich solche verrückten Ziele und Träume sehr lange nur in dem Umfeld teile, wo ich weiss, dass ich Verständnis habe und mich die Leute auch so nehmen, wie ich bin und mich einfach in jedem wilden Traum total gut unterstützen. Denn ich weiss ganz genau, dass es mich total verunsichert, wenn Leute meine Ideen, vor allem am Anfang, meine Ziele anzweifeln. Manche, das sagt auch Jessica in ihrem Video, reagieren allerdings eigentlich gut auf diesen Widerstand oder auf diesen Widerspruch. Manche ziehen es dann noch absichtlich durch, was natürlich super ist, aber ich weiss bei mir, ich ziehe mich eher zurück und lösche irgendwie alles, wenn ich von außen Widerspruch und Kritik oder eben Zweifel bekomme. Ein Thema, an dem ich weiterhin arbeiten darf. Was eben auch passieren kann, ist, dass andere auch ihre Ideen irgendwie dann einem aufzwingen wollen. Und das ist auch eine ganz große Falle. Und mich hat das schon mal eine ganze Selbstständigkeit gekostet. Völlig ohne Grund. Heute würde ich mir das nicht mehr ausreden lassen. Und wenn ich schon von Unterstützung spreche und von diesem Umfeld, das einen annimmt, wie man ist, was wir immer brauchen, und da bestehe ich einfach drauf, ist Accountability. Also, dass wir bei jemandem, sei es in einer Gruppe oder bei einer Person, positive Rechenschaft ablegen müssen, regelmässig. Einfach, um sicherzustellen, dass wir immer noch vorwärts laufen und uns unterstützt zu fühlen und auch in den Momenten, wo wir vielleicht ein Hindernis haben. Mir persönlich hilft es auch, bei diesen grossen, verrückten Zielen mal hinzusetzen und grössere Etappen zu diesem Ziel, vielleicht wirklich auch rückwärts, mir mal zu überlegen. Und das ergibt dann Wege, wie ich zu meinem Ziel komme. Und ich finde, für uns ADOS-Brains ist es super wichtig, eben nicht nur einen Weg aufzuzeichnen, sondern mega brainstorming, kreativ, mal verschiedenste Wege zu diesem Ziel einfach mal aufzuzeichnen oder aufzumalen und dann zu überlegen, wen und was brauche ich denn eigentlich für jeden dieser Schritte? Und das bringe ich auch schon mit. Also eine gewisse Ressourcenarbeit auch, die einem Mut machen kann. Und ich habe ja vorhin doch ziemlich fest auf dem Smart herumgebasht, aber was ich persönlich schon brauche, ist irgendeine Deadline. Ich kann es nicht komplett unterminiert lassen, weil sonst kann es schon sein, dass ein Traum, eine Vision auch das bleibt. Und das ist dann fies. Wichtig ist einfach, dass all diese Dinge uns möglichst viel Spass machen und Herausforderungen bieten, eine gesunde Herausforderung, sodass wir einfach immer genügend Dopamin haben. So, ich hoffe, das war jetzt irgendwie brauchbar für jemanden da draußen. Sag mir doch Bescheid in den Kommentaren, was du denkst, ob dir das geholfen hat, ob du vielleicht sogar andere Strategien hast noch, die dir geholfen haben. Ich finde es immer total schön, wenn man sich austauscht in den Kommentaren und sich auch gegenseitig hilft. Denn ich habe ja nicht die Perspektive oder die Lösung oder die Meinung, wie man das macht, sondern bringe einfach meine Perspektive ein und andere Perspektiven sind einfach super wertvoll. Ja, und wenn dir das Video gefallen hat, dann schenk mir doch gerne einen Like, schenk mir auch gerne ein Abo, wenn dir meine Videos allgemein gefallen. Damit unterstützt du mich und meinen Content einfach so, so fest und andere sehen dann vielleicht diese Videos auch eher, weil sie empfohlen werden. Und das ist einfach wieder ein weiterer Schritt in Richtung meines Traums. Und wenn du Unterstützung brauchst beim Setzen von grossen Zielen oder beim Erreichen von grossen, vor allem beruflichen Zielen, ich bin Karrierecoach für bunte Brains und ich liebe nichts mehr, als andere bunte Brains dabei zu begleiten, ihre Träume und ihr berufliches Glück zu verwirklichen. Mehr Informationen findest du auf meiner Webseite und die ist unten in der Beschreibung. Dort findest du auch meine Social Media Kanäle, die du folgen kannst. Du findest meinen Newsletter, den du abonnieren kannst und ich freue mich einfach, dich für oder später hier oder woanders wiederzusehen.